Shoei löst einen der beliebtesten Motorradhelme überhaupt ab, nämlich den Shoei X-Spirit 3 mit dem neuen X-SPR Pro. Und das ist ein Racing-Helm, der bis 350 kmh ausgelegt ist. Wir packen ihn aus und sprechen drüber. Viel Spaß beim Video. Mein Name ist Marc und ich darf euch auf Helmexpress Product Test, unserem Kanal für Produktvorstellung rund um Motorradhelme, wie man uns schwer erkennen kann, und auch Motorradbekleidung begrüßen. Und heute mit dem brandneuen X-SPR Pro, dem neuen Helm von Marc Marquez, der so auch in der MotoGP gefahren wird. Erstmal zur Verpackung. Das ist relativ unspektakulär. Es geht ja um die inneren Werte. Die schauen wir uns jetzt direkt an. Zack. So, hier lächelt uns als allererstes mal die Pinlock-Linse an. Die brauchen wir für dieses Video jetzt nicht, aber wir haben sie eben gleich dabei. Nehmen wir das einmal raus. Das ist auch neu, sodass auch nichts umher fliegen kann. Und dann haben wir hier den Helm. Den nehme ich mal raus. Und dann haben wir hier noch ein bisschen Zubehör drin. Mit dem Styropor, das hat Shoei wirklich sehr cool gemacht. Dann kann sich der Helm wirklich gar nicht bewegen im Karton. Das ist echt gut. Hier haben wir jetzt Kinnwindabweiser und Nasenwindabweiser. Und sonst hier auch nochmal eine Lage Styropor, damit sich eben nichts bewegen kann. Das kann alles weg. Wir gucken uns jetzt den Helm an. Den haben wir hier. Auch hier steht auch nicht mal Shoei drauf. Okay. Doch, natürlich steht hier Shoei drauf. Vorne. So, wir machen das auf. Dann haben wir ihn hier. Es riecht schon wieder nach Motorradhelm. Oder riecht es sogar Shoei spezifisch. Auf jeden Fall. Es riecht, ja nicht parfümiert, aber es riecht so ein bisschen nach Silikon. Ich weiß nicht genau, was es sein könnte. Aber typisch Motorradhelm. Da haben wir ihn. Wie man unschwer erkennen kann, hier die schwarz-matte Variante. Ganz einfach aus dem Grund, weil der so, so frisch ist, dass wir aktuell zu dem Zeitpunkt, wo ich das Video aufnehme, nur die schwarz-matte Variante haben. Die Dekorvarianten kommen jetzt in den nächsten Tagen und Wochen rein. So sieht er aus. Hier hinten auch schön mit der Verspoilerung natürlich. Silhouette ganz klar brutal. Ich habe es ja eben schon angekündigt. Dieser Helm ist bis 350 kmh aerodynamisch ausgelegt. Das ist schon heftig. Sehr, sehr geil. Okay, dann sprechen wir drüber. Wir haben hier eine Außenschale aus AIM+. Das ist wieder das gleiche Faserverbundsystem, was wir auch schon vom X-Spirit 3 kennen, nämlich Fiberglas, organische Fasern und High-Performance-Fasern, wo Shoei nicht ganz genau verraten will, was das eigentlich ist. Weil Shoei sich immer richtig viel Mühe gibt, gibt es diesen Helm in vier Helmschalengrößen. Das heißt also ein sehr kompakter Helm. Einmal X, S und S teilen sich eine Helmschale. M und L haben eine eigenständige Helmschale. Und XL und XXL sind auch nochmal eine Helmschale. Also das ist wirklich extrem gut. Und auch nur so ist es möglich, dass trotz der neuen Homologation, also er kommt mit der ECE 2206, dass es dann trotzdem gelungen ist, ein Gewicht von 1450 Gramm auf die Beine zu stellen, was schon wirklich gut ist. Gemessen in der Größe M und zwar auch hier in einem unifarbenen Dekor. Sonst ist da nämlich noch ein Klarlack drüber. Und dann ist es nochmal marginal schwerer, so genau wie das hier betrachtet. Also wir sind hier unwesentlich schwerer als beim X-Spirit 3 und das eben trotz der neuen Helm-Prüfnorm. Weil wir jetzt gerade schon über die Homologation gesprochen haben, er kommt nicht nur mit der neuen ECE 2206, sondern auch mit FIM-Zertifizierung und fünf Jahren Garantie. Also hier ist das wunschlos glücklich Paket, wenn wir die besten Sicherheitsstandards und wir haben Garantie über eigentlich die ganze Helm-Lebensdauer hinweg. So, Belüftung. Die sind auch ein bisschen mehr geworden. Insgesamt sechs an der Zahl. Mal schauen, ob wir sie alle finden. Hier einmal, da im Kinnbereich. Dann hier. Das wird wahrscheinlich links und rechts doppelt gezählt. Und dann eins, zwei, drei. Das müsste es gewesen sein. Und natürlich nur vernünftig, wenn es auch eine entsprechende Entlüftung gibt. Die haben wir hier oben einmal und hier. Also eine gute Zirkulation ist hier wieder gewährleistet. Er kommt serienmäßig. Mal gucken, ob es zum späteren Zeitpunkt auch noch irgendwelche Special Editions gibt. Aber er kommt erstmal mit klarem Visier. Natürlich ist ein Racing-Helm. So geht es dann auf. Und hier natürlich keine inliegende Sonnenblende. Einfach aufgrund des Gewichts. Die Pinlock-Linse ist eben mit im Lieferumfang enthalten. Hier können wir auch Tier-Off-Visiere dann anbauen, wenn wir die dann nutzen möchten. Zum Beispiel, wenn er wirklich mal ein Rennstrecken-Training macht, kann das sehr cool sein. Und wenn wir dann einmal hineinschauen. Hier, Emergency-Release-System. Ganz wichtiger Punkt. Hier können wir dann eben den Kinnwindabweiser einsetzen. Genauso wie den Nasenwindabweiser. Hätte ich euch eben auch noch zeigen können. Info, da sieht sehr gut aus. Und das ist ja auch eine der Stärken. Ja, wir haben hier einen Racing-Helm. Aber der ist einfach so komfortabel schon gewesen. Der X-Pirit 3. Wir haben so viel positives Feedback immer zum X-Pirit 3 bekommen. Und in meinen Augen Passform von dem hier ganz genauso. Mega gut. Obwohl es eben ein Racing-Helm ist. Eigentlich ist Racing-Helm bedeutet immer... Ja, und er ist natürlich stark ausgepolstert. Er ist knapp bemessen. Einfach um einen vernünftigen Sitz zu haben. Damit sich das nicht bewegt. Gerade bei höheren Geschwindigkeiten. Aber trotzdem ist es super komfortabel. Und da könnten sich andere Hersteller tatsächlich noch ein bisschen was von abschneiden. Doppel-D-Ring-Verschluss. Ganz klar. Keine Bluetooth-Vorbereitung. Kein Schnickschnack. Hier ist nochmal das Gewicht drauf. Wenn ihr noch weitere Fragen zum X-SPR Pro habt, schreibt es gerne unten in die Kommentare. Wir werden einen Vergleich zwischen X-SPR Pro und seinem Vorgänger, dem X-Pirit 3, machen auf unserer Homepage. Das verlinke ich euch unten, wenn das Video schon online ist. Sonst findet ihr auf jeden Fall den Link zu unserem Hauptkanal dort. Wenn ich euch dafür begeistern konnte, wünsche ich euch ganz, ganz viel Spaß mit dem neuen X-SPR Pro. Und ja, wie gesagt, wenn ihr Fragen habt, schreibt es in die Kommentare. Ruft unseren Support an, schreibt unseren Support auf unserer Homepage. Und dann kannst du dir hier noch ein weiteres Video anschauen. Und hier kannst du unseren Kanal abonnieren. Und alle weiteren Links unten in der Beschreibung. Mach's gut. Ciao.